wunderschönen guten morgen heute ist der tag an dem musa ankommt ich gehe besser zum bahnhof dann nehmen wir ihn mal in empfang und dann schauen wir wo er die brücke bauen will welche brücke er bauen will und was wir wieder freischalten dadurch an bürgermeisterin trudy schön an dich wieder zu sehen und du musst ory sein vom beruf handwerker ich habe gehört dass du bei der zusammenarbeit mit heidi bei dem brückenprojekt eine wichtige rolle gespielt hast willkommen in sandrock mr musa und das ist richtig sie haben wirklich ihre hausaufgaben gemacht aber das sollte mich nicht überraschen schließlich sind sie der erfolgreichste mann der welt gekünstelt und beholfen ja nun und dann gehen wir mal zum rathaus ich möchte ihren architekten treffen und mögliche pläne für die straße nach portia auf aus ihrer sicht besprechen natürlich eigentlich haben wir genug zeit warum führe ich sie nicht erst ein bisschen herum das wäre nicht nicht meine erste wahl aber ich möchte auch kein unhöflicher gast sein bitte gehen sie voran rosatik zuerst möchte ich ihre aufmerksamkeit auf unseren schönen neuen bahnhof lenken er wurde erst kürzlich von sieht solide genug aus der rotierende stern auf der spitze ist eine nette idee ich nehme an das ist ihr weg ory ja das war ich ich wollte ihnen eigentlich ein kompliment machen aber das haben sie ja schon zu genüge bekommen wir wissen deine arbeit in der station wirklich zu schätzen was sollen wir weitergehen natürlich so nach mir bitte was hier ist unser spielezentrum ja ich habe das original vor einiger zeit gesehen ich glaube es war eine kleine hütte mit nur einem spiel und es hat mir nicht gefallen das hat sich geändert seit die unternehmerin katorin die stadt gezogen ist und den laden auf vordermann bringt das ist ja schon was das ist sie ja schon kommen sie wir sagen hallo haudi du nachbar ich habe einen neuen freund mitgebracht vielleicht erkennst du ihn ok also die werbung die ich gestern gestartet hat die ich gestartet habe läuft nicht mehr und noch was bleibt im wc fern die dörlette ist fest ich bin spielezentrum und das ist mein katori und es tut mir so leid ok katori sie ist zu nervös oh im mist ähm schätzen schätze wir haben sie zu einem schlechten zeitpunkt erwischt ich könnte schwören dass sie ein echter fan ihrer arbeit ist das ist in ordnung das passiert öfter als man meinen würde ich bin mir sicher dass sie dich gerne kennengelernt kennenlernen würde nachdem sie etwas frische luft geschnappt hat äh richtig luft die muss ich haben was kommt als nächstes äh ja unser nächster halt ist eigentlich da das was ich ihnen am liebsten zeigen wollte unser wäldchen mhm das ist richtig die wüsten bepflanzung ich habe in der atara times gelesen was sie da machen interessante sache das ist es nicht wahr gehen wir einfach zu dieser jagdmüll station zu ihrer linken tata seht das wunder des lebens diese wüstenwälder die eines tages zu einem vollwertigen wald erblühen und sand druck seine frühere tracht und sein grün zurückgeben werden auf dem foto sei es grüße aus nun ja das war nur der erste schritt ich meine das ist was ein zehntel eines hektars so in der art ja und wie lange haben sie gebraucht um an diesen punkt zu gelangen äh wir brauchen mehr wasser um zu expandieren der punkt ist dass die bierkoste etwas mehr ich würde das nehmen wegen portia und so äh richtig richtig das sind ihre gründe warum sie den weg nach portia überhaupt wollen äh wenn ich ehrlich bin bin ich eher an den logistischen vorteilen interessiert die die straße für meine unternehmungen bringen würde ich fürchte ich kann zu diesem zeitpunkt noch nichts zu meiner begeisterung für ein solches projekt sagen ich muss zurückkommen und es mir selbst ansehen mit einigen meiner leute in atara sprechen ich muss mir ein besseres bild davon machen was es mit dieser biokruste wirklich auf sich hat bevor ich eine fundierte entscheidung darüber treffen kann was ich davon halte natürlich 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 sie sollten sich auch mit unseren gartenbau experten zecke treffen er kann ihnen sicher alle wissenschaftlichen fragen beantworten die sie haben außerdem droht ihm ich bin auch bei ein paar anderen dingen unsicher äh ich gehe kein projekt ein wenn ich nicht hundertprozentig dahinter stehe bei gail bin ich hundertprozentig dabei in portia stellen sie ihr eigenes geld für ihren teil des projekts zur verfügung und ihr nun ja jeder hat die gerüchte gehört sandrock ist im niedergang begriffen und nicht jeder ist davon überzeugt dass eine begründung der wüste möglich ist ich habe gehört dass der stadtrat bereits gesetzentwürfe verfasst hat um die verstreuten sandrock bürger als wirtschaftsmigranten einzustufen alter was sie haben hier tolle sie haben hier tolle neue handwerker und ich bin auch ein fan von der arbeit ihres architekten aber ohne gute bürgerinnen und bürger hinter den kulissen die alles am laufen halten würde ich den pessimisten eher zustimmen ich muss sehen dass ihre leute durchhalten auch wenn es schwierig wird haben sie sonst noch etwas dass ich sehen kann ja ja hier entlang bitte und letzter halt auf unserer tour das ist unser super verstärkter wasserturm ich nehme an sie haben dabei auch ihre finger im spiel äh ja mit hilfe versteht sich ich fange an hier ein muster zu erkennen außerdem ist er komplett und hundertprozentig räubersicher bestimmt das wollte ich auch erwähnen seien sie versichert sir es gibt wirklich nur einen banditen der uns ärger macht und es ist nur eine frage der zeit bis er vor gericht gestellt wird außerdem sind die möglichkeiten der menschen irgendwann begrenzt wir bauen immer schneller wieder auf als er dinge kaputt machen kann stimmt's ori unterschätzt die macht des einzelnen nicht hm natürlich natürlich wir nehmen die dinge überhaupt nicht auf die leichte schulter wie wäre es mit einem kurzen boxenstopp im blue moon bevor wir heute treffen sie müssen nach so einer langen reise hungrig sein und unser kleiner spaziergang ähm im speisewagen des ataran express gibt es mein liebstes frühstück diesseits des kontinents ähm aber sie hatten keine jagdmilch jagdmehlmilch im großen und ganzen gefällt mir aber was ich bisher gesehen habe willkommen in sandrock der qi mit seinem roboter hallo mr musa schön dass sie vorbeischauen konnten im namen aller möchte ich sie herzlich in sandrock willkommen heißen äh danke also gute jungs los geht's dieser beitrag den ich definitiv nicht heute geschrieben habe der den titel warum geben sie uns nicht einfach ihr ganzes geld eins zwei drei und ich ich kann mich des eindrucks nicht erwehren dass sie versuchen ihr honig ums maul zu schmieren ja naja es ist nur so dass wir uns so sehr um unsere stadt kümmern die band spielt ja ich okay leute du hast mir den necks nicht gezeigt das ist ein lied über gier ganz ruhig der reiche typ gehört uns Die Überwindung der Gier ist einer der Kernpunkte des Glaubens der Kirche des Lichts. Sie haben mich dazu gebracht, ein Lied darüber zu schreiben. Oh no, eskaliert's jetzt. Oh no, Leute! Nein, was macht ihr? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, verstand. Ich will nicht sehen, wie es hier jetzt aussieht. Oh shit, oh shit. Aber Hauptsache, sie umarmen sich. Ja gut, okay. Sind sie alle wahnsinnig? Ich, äh, wir... Es tut mir wirklich schrecklich leid, Sir, das passiert fast nie. Fast nie was? Oh. Schauen Sie, die erste Regel im Geschäftsleben lautet in Menschen zu investieren. Deshalb bin ich hierher gekommen, um das zu überprüfen. Ich bin froh, dass ich diese Seite von ihnen allen kennengelernt habe. Ich habe mir eine Menge Geld gespart. Warten Sie, Sie meinen... Ich respektiere die Tatsache, dass sie alle so lange durchgehalten haben. Aber ich kann sehen, dass sie alle anfällig für Katastrophen sind. Und ich weiß jetzt, warum die Leute die Stadt verlassen. Egal, welche kurzfristigen Erfolge sie haben mögen. Ich sehe einfach keine Zukunft. Es tut mir leid. Und schauen Sie, trotz all dem kann ich immer noch eine Hilfe sein. Ich kann sie alle in den Norden Eufaulas bringen, wo die Allianz mit ihrem Nordentwicklungsplan neue Siedlungen errichten. Dort gibt es Wasser, unerforschte Ruinen und Weidegras. Ich kann Ihnen dort Jobs besorgen, sichere Jobs, bei denen Sie niemandem schaden können oder Ihnen selbst. Ich kann Ihnen helfen, Ihr Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken. Der Gedanke, dass Sie meine Zentrale nach unten ziehen, nein, das ist das Risiko nicht wert. Keiner von Ihnen ist davon begeistert, kein einziger. Sie haben jetzt die Gelegenheit, an einem Ort zu ziehen, an dem Sie nicht immer um alles kämpfen müssen und das auch noch auf meine Kosten. Adio! Bitte! Wir sind hier alle eine Familie, wir halten zusammen. Sandrocks Ende. Es wird kommen, mit oder ohne meine Hilfe, also schlage ich vor, dass Sie alle über mein Angebot nachdenken. ey, Oldtimer, ist der frech. Musa, im Bordscher warst du nicht so. Aber was ist mit Ihnen? Es kann unmöglich sicher für Sie sein, hier zu leben. Kommen Sie mit mir, wir suchen Ihnen ein nettes Blättchen am Wasser. Ich, oh, ein freundliches und großzügiges Angebot. Ihr Ruf ist wohl verdient. Aber nein, ich fürchte, ich werde nicht mitkommen. Mann, was ist mit euch Leuten in der Wüste los? Das Leben muss nicht so sein. Ihr müsst euch nicht euer ganzes Leben lang abmühen und abhackern. Ja, ich verstehe, dass das hier euer Zuhause ist, aber wir können ein besseres Zuhause haben, irgendwo anders. Es ist mehr als das, wenn ich darf, Herr Musa. Vor einiger Zeit gab es eine Schule, ein Stück weiter die Straße hinunter. Damals war Sandruck ein lebendiger Ort. Als alle Bäume abgeholzt wurden, wurden die Sandstürme schlimmer. Zuerst haben wir es nicht so bemerkt, aber die Kinder waren auf dem Heimweg von der Schule. Als er zuschlug, wie eine bärensteinfarbene Klaue, griff der Sturm gierig nach uns. Der Himmel wurde schwarz. Martel und ich sind losgezogen, um sie zu suchen, aber Maya, Tang und Akil, sie kehrten nicht zurück. sie wären ein bisschen älter als sie jetzt. Wir haben damals ein Versprechen gegeben, ein Versprechen, dass wir dieses Land retten würden, für uns selbst, für die Menschen in der Wüste, für die Kinder, die noch kommen werden und die schon gegangen sind, damit ihr Opfer nicht umsonst war. Eine Zeit längre dachte ich, ich müsste dieses Versprechen brechen, aber mein Sohn hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und jetzt mit der Hilfe von inspirierten jungen Leuten wie Rudi, Heidi, Ori, ihren Entdeckungen. Ich glaube, wir haben eine neue Hoffnung. Ich glaube an diese Menschen. Ich glaube an Sandrock. Ah, das war schön, Marty. Ich glaube an Sandrock. Wir alle glauben an Sandrock. Ich glaube an Sandrock. Oh, je. Nun, was sagen Sie, Herr Musa? Geben Sie uns eine Chance? Klingt so, als würde nichts, was ich sage, Ihre Meinung ändern. Es sieht auch nicht so aus, als wenn Sie irgendwo hingehen. Na gut, schön, dann machen wir es eben auf die harte Tour. Vielleicht habe ich Sie alle etwas vorschnell verurteilt. Ich werde Sandrock noch eine Weile beobachten. Eine weitere Chance. Aber ich muss deutlicher, deutlich mehr inspiriertes Vorhalten sehen. Das ist alles, was ich mir wünschen kann. Ah, Herr Musa. Bevor Sie gehen, ähm, keine Ahnung, irgendein Plan. Ist das wirklich die richtige Zeit? jetzt frag mich anbieten. was da was das ist das ist ein was da Was, da ist jetzt was von einem Krieg gesprochen worden? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Alter, wie es hier aussieht Ähm, ich kann mich nicht bewegen Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen, warum nicht? Aber, ich bin festgefroren Ah, vor allem, das ist jetzt noch nicht gespeichert Nein, wieso? Ah, jetzt Okay, quick Keine Sorge, mein Schatz, wir kriegen dich bald wieder hin Ori Gut, dass du da bist Kannst du einen Blick auf den mobilen Anzug werfen? Er ist ein bisschen verschossen Ah, klar, wir werden ihn uns anschauen Ich habe ein Ersatzteilpaket mit verschiedenen Materialien für die Reparatur von mobilen Anzügen auf Lager Ich brauche nur dein Werkzeugwissen Wollen wir? Okay, warte Fantastische Arbeit, Ori Diese Reparatur war viel schneller als die letzte Das Tempo, das du seit deiner Ankunft als Handwerker beibehalten hast Ist statistisch gesehen unwahrscheinlich Ich würde ganz stolz sein, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest So, was ist hier? Ich habe alles falsch gemacht Als ich hörte, dass der reiche Kerl in uns investieren wollte Habe ich Zwei große Goalszeichen Erschienen in meinen Augen Ich war blind Aber jetzt kann ich wieder klar sehen Das passiert auch dem Besten von uns, Bruder Jetzt lass uns die Noten ins Feuer werfen und nie wieder darüber sprechen So, was ist hier? Ähm Jetzt muss ich all das zerbrochene Porzellan aufwägen Das ist das Schlimmste, das ist der Geschichte von Sandrup Was ist mit dem Sandsturm? Von dem Mord uns gerade erzählt hat Ja, ja, ja Den hatte ich wohl vergessen Trotzdem war er unter den schlimmsten drei Ganz sicher Oh je, Owen Tut es mir gerade leid Puh, es gibt viel aufzuräumen Wenigstens ist dieses Mal nichts explodiert Grace tut mir allerdings leid Sie hasst diesen Teil der Arbeit Aber Ich nicht Bevor ich noch einen Kuchen an die Wand Äh, tu das bitte nicht Oh no Wie es hier aussieht einfach Kann ich dir nicht beim Zusammenräumen helfen? Einmal kam ein Typ vorbei Der nicht aufhören könnte Darüber zu reden, wie männlich er sei Männlich hier, männlich da Er gab mir sogar ein Buch darüber, wie ich selbst männlicher sein kann Um ehrlich zu sein war ich ein bisschen beleidigt Das kann ich mir gut vorstellen Ähm Haben wir heute irgendwas dabei für dich? Möchtest du Quark? Nee Wie sieht es aus mit einem Rezept? Äh, irgendwas Lustfleisch Wir teilen natürlich mit ihm Okay So Okay, okay So, wir gehen raus Alter, da ist ja alles in die Hose gegangen Schlimmer hätte es gar nicht runterlaufen können Was hätten Ja, gerne Jensen Was möchtest du denn gerne? Hm, erzähl mal Ja Ein Motor Welchen Motor? Okay, müssen wir dann schauen Dankeschön Dankeschön So, wir lassen runter Da ist aber soweit nichts voll geworden Okay So, wir sortieren mal Okay, die Pilze sind fertig Warte Ähm, Wasser Heu habe ich dabei Die Pilze Was ist noch fertig? Der Lauch Der Lauch Der Lauch Die hier habe ich gesehen Ähm Äh Die wahrscheinlich auch Oder waren das die? Und die Schauen wir mal Okay, dann Okay, dann Doch Okay Dann War das jetzt Das hier Und das sind Kart-Tomaten-Samen gewesen Also die hier Rinder mit So, dann Die zwei sind fertig So, dann hier ernten Okay Okay So Ob es jetzt öfter Anfängt zu regnen In Sand Dann In die Verkaufsbox Können wir das reingeben Da müssen wir schauen So, und wo ist das drinnen? Ähm, Verteidigungspunkte Verteidigungspunkte Kritischer Schaden Kritischer Schaden Ne, dann lassen wir es andersrum Ähm In die Verkaufsbox Das hier Okay, so Die Tiere Entschuldigung So, dann sammeln wir hier mal So Was ist hier heute drauf? Achso, Lehm Brauche ich ja Ähm Ne, 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 ne Hier Segelduch Kannst du mal haben Ja Hier kannst du auch haben Fischbrei Muss ich schauen Ich brauche halt unbedingt auch Lehm Fischbrei Brauche ich Sandkarpfen für 34 Okay Ne, Fischbrei nehmen wir dann Keinen an Ähm Ja, die Kartoffeln Ich habe da anscheinend noch was offen Okay Wo kriege ich denn Lehm kriege ich nur Wenn ich sammeln gehe Okay Holzreste Füllen wir auf Und dann Gummi Plastik 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 okay die sind jetzt wieder leer verdammt wir sortieren mal, die nehmen wir mit und dann gehe ich noch hundefutter machen dann schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus hier wird gleich wieder nachgefüllt kann ich den jetzt hier schon aufwägen so machen wir zuerst die wie sieht es bei euch fressen technisch aus haben wir wieder Kartoffeln nach und du kriegst auf die anleitung müssen wir warten okay können wir abgeben, können wir abgeben ach die Schalttafeln, stimmt da war ja noch was so dann komm, gehen wir das mal abgeben ja, Motor ich bin Jensen warte, 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 warte Motor mach ich denn zufälligerweise auch hier drinnen und dann ich bin hier 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 block ich Ah, das müsste drinnen sein bei Ruf und Ruinen, Kondensator, Motor. So, mein Lama wird schon nachkommen, äh, Kamil. So, Jensen, wo ist er denn? Jense, Jense, Jensen, hier, so, Freundchen. Deinen Motor, bitteschön. Okay, jetzt schauen wir noch beim Jensen rein, warte, 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 Wissen, nee, hier, der Jensen, wo ist er denn? Okay. Ah, wie es hier schon wieder aussieht. So. Coco? Nee, nicht reden, reden. So, du bekommst von mir einen Wurm, plus eins. Ich weiß nicht, was mag denn so eine Eule? So, Mabel, bitteschön, puck deinen Auftrag. Dann, Rezept, äh, Makaroni, Kupa sagt, das ist köstlich. Ja, bitte. Oh, super, danke, jetzt wissen wir das auch. Dann, da, umso, er möchte wieder die Segeltücher haben. Ach so, bitteschön. Dann, wir plaudern. Wir kennen uns schon eine Weile. Ich denke, es ist wichtig, dass wir bestimmte Details übereinander wissen. Name, unser, Alter, um die 30. Beruf, Abgeordneter der Ziviltruppe in Ausbildung, Geburtstag, 4. Herbst. Du brauchst mir deine Daten nicht zu nennen. Okay, wir geben dir... Eine Milch. Weil ich so viel habe. Ich mag coole Sachen. Ich mag auch coole Sachen. Ach so. Wie dein Auftrag, Herr Bub, bitteschön. Dann, du, 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 du. Du, 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 du. Ein Geschenk. So. Wie lange braucht das noch? Einen Tag ist morgen fertig. Die neue Kochstation dann wieder. Yay. So. Haben wir sonst irgendetwas? Nope. Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Das wäre schon nicht schlecht. Aber zuerst gehen wir jetzt noch in die Mine. Ich brauche unbedingt Leben. Ich brauche unbedingt Leben. dass ich endlich die Blutsteine machen kann. Und jetzt mal wieder ein Ticket kaufen. Das war wieder Ticket kaufen. Ja. So, kein mehr. Du musst aber hier bleiben, bitte. Nein, nicht da auf mir drauf. So. Bleibt. Wir gehen runter. wir gehen rein im endeffekt brauche ich ihn nur durch graben weil ich brauche leben kriege ich hier schon leben raus das sieht aus wie leben das hier dürfte auch leben sein ja 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 Ah. Okay, das reicht. Hoffentlich. So. Dass wir wenigstens mal den Generator abgeben können. So. So, komm, dann reiten wir nach Hause. Wenn ich da irgendwie nach oben komme, boah, das wäre so krass, wenn das gehen würde. Und ich hoffe dann auch, dass das ein Baum ist, den ich runterschlagen kann. So, du gehst zurück. So, dann schauen wir mal. Können wir herstellen. Wir bauen ein. Das heißt, den können wir abgeben. Dann, was war denn noch? Gar nichts mehr. Okay. Hier. Kann ich jetzt endlich hier aufwerten? Bamm. Verbessern. Natürlich. Denn ich brauche... Wo ist es? 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 Äh, hier. Ein bürgerlicher Ofen. Magnesium-Chrom-Ziegel. Was? Was? Ein bürgerlicher Ofen. Wo? 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 Okay, dann muss ich zur Handelsbilder schauen. So, ich laufe heute wieder ohne mein Lama. Äh, Kamil. Schauen wir mal, ob wir jetzt eventuell was Neues freigeschaltet haben. Ich hoffe doch. So, Jan, der Auftrag. Bitteschön. Ja, das nächste Mal muss ich schneller sein. Okay. Yes. Bestätigen, bestätigen. Wir kaufen, wir kaufen. Und ciao. Oh, jetzt können wir schauen, ob wir irgendwas noch weiter ausbauen können. Boah, das wäre so krass. So. Da ist alles wieder ausgetrocknet. Bis auf die zwei. So. Warte, 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 warte. Ähm, jetzt schauen wir mal. Boah, ich kann es gleich mal herstellen. Da brauche ich kein Nied. Okay. Ähm. Darnräder. Machst du mal zehn Stück. Und dann machst du noch, weil wir es brauchen, also hier nicht. Und dann machst du mal sieben Stück. Und hier machst du zehn Stück. Oh, wie cool. Wie cool. Vielleicht können wir dann bald mal was aufwerten, nämlich. Oh. So. Jetzt gehen wir rein wegen den Tieren. Und dann versuche ich irgendwie da hochzukommen. Ich kann es zwar nicht garantieren, dass ich es irgendwie hinkriege, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hundefutter. Ich muss Hundefutter noch mitnehmen. Wasaar! Esaaar! Esaaar! da ist schon der erste pancho pancho plaudern er mag den habe ich jetzt keine gesalzenen fisch bei magst du getrockneter sandakuda plus drei du magst sand ich glaube das war umgekehrt nemo wo wir haben dich bald also den nächsten stern aber dann kommt weiß ich nicht wo habe ich jetzt sein hundefutter hundefutter bitteschön die katze magst du eventuell einen großen sandakuda plus 12 okay dann hier kauft man wieder ansonsten braucht man derweil nicht michael ich hätte diesen mann nie so eine abscheulichkeit bauen soll was ich hätte diese mann nie so eine abscheulichkeit bauen sollen wir sind das zu verstehen die kirche wir haben uns zu weit von unseren prinzip entfernt da möchte ich trotzdem noch schnell beim rohnen vorbei mal schauen ob war bis sie was auf gleich räumen hat können nee verdammt er ist ja gar nicht da doch hier sei unbedingt beim nächsten geschichte ab ja 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 ach so haben wir heute schon okay dann hätte ich da jetzt mit dem besen interagieren können warte ach so untersuchen untersuchen nee 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 dann muss es leider selber machen dann gehen wir rüber und wir versuchen unser glück hallo magst du eventuell großen sandakuda plus vier naja immerhin was okay ich bin um sicher ob ich da nach oben komme aber ich probiere einfach mal mein bestes okay ich nehme wir haben die dolche in der hand sicherheitshalber wir werden jetzt sicher öfters angegriffen wieder ich laufe gleich ich nehme sie gleich mit du bist der nächste aber hier komme ich nicht ich hoffe nur warte mal ich mach mal schnell speichern äh so weil man weiß ja nie okay da komme ich schon mal nicht rüber hier einfach so nee so los wenn das geht ey ich komme den bäumen immer näher ok hier traue ich mich nicht warte Ah, verdammt! Oh, verdammt! Wenn ich da runterfalle, dann war es das. Oh, nur nicht abrutschen, nicht abrutschen, nein! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Hier vielleicht drüber muss? Oh, verdammt! Okay, kann man sonst irgendwo nur die Möglichkeit haben, dass es vielleicht nicht so hoch ist? Okay, ich hoffe halt nur, dass ich da nirgends zwischen der Mep runterrutsche oder so. Dass das eigentlich gar nicht dazugehört, sondern wirklich nur ziert ist. Nee, ich komm da nicht rauf. Das heißt, das gehört gar nicht dazu. Aber das sieht so echt aus hier. Nee, keine Chance. Keine Chance. Nö, nö, nö. Verdammt! Und ich hab mich schon gefreut. Und ich probiere jetzt mal mit der Gondel zum Fahren. Ich hab letztens schon mal gemeint, da haben wir es dann auch nicht gemacht. Aber heute probiere ich's. Und das Loch da drinnen ist auch ein bisschen komisch. Komm ich da hoch? Hier? Nee. Da komm ich überall nicht rauf. Okay. Oh, das ist vollen schönen Übel. Überblick eigentlich. Da ist das Schiff. Warte, wir gehen noch hier. Und da komm ich nicht rauf. Ich war schon fast ganz oben. Oh, no. Oh, no. Okay, wir sind wieder da. Da ist der Kran. Warte, ich schau jetzt wo auch noch rundherum. Hier ist aber nichts, ne. Keine Drohe, gar nichts. Ah, hier ist was. Guckst du. Wir nehmen mit. Was ist drin? Was drohnen. Was drohnen. Und wir fahren mit der Gondel. Gondel. Und wir fahren mit der Gondel. Ich hoffe nur, uns passiert nichts. Okay, ich kann hier drinnen nicht hüpfen, nicht. Da geht nichts. So, es dauert jetzt natürlich ein bisschen. Aber laufen wäre aber auch so schnell gewesen. Also von daher ist es jetzt nicht die Tragödie, denke ich mal. Aber es nervt mich, dass ich da oben nicht hochkomme. Aber dann gehört das anscheinend direkt nicht zur Map dazu. Es ist unzugänglich für uns. Okay, so. Achso, das ist ja das, was wir hier platziert haben. So, jetzt sind wir halt irgendwo. Wo sind wir jetzt? Ey, wie cool. Achso, hier oben sind wir. Okay. So, wir gehen natürlich querfeldein. So. Ab nach Hause, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas aufwerten können. Weil gemacht haben wir ja jetzt einiges. Mal schauen. So. Jetzt haben wir eine halbe Weltreise hinter uns. So. Brup, brup. Hier ziehen wir wieder hoch natürlich. Alles verdunstet. Aha. Weizen können wir auch wieder ernten. Okay, so. Wir packen ein. Wir packen ein. oben ziegel, drei Stück Hammer. Wie viel brauche ich? Warte mal, was brauche ich denn für die neue? Hier. Ähm. Okay. Wo ist es denn jetzt? Hier, einen kann ich machen. So. Und wie viel brauche ich? Zwei. Was brauche ich hier? vom Haushaltswiederverwerber. Sehr gut. Hier brauche ich einen Prozessor oder so, da brauchen wir noch gar nicht weitergucken. Und den kriege ich in der Maulwurfshöhle, bei der bin ich noch gar nicht irgendwie in Annähern dran gewesen anscheinend. So, und da Granitfliesen kann ich nicht machen. Da haben wir auch Granitplatten, was ist mit dir? Romstalllager, das würde gehen. Oh, was, ein Goldring. 210. Oh, okay. So, und das geht hier nicht. Aber da habe ich halt nichts mehr drinnen, bis am Quarz eventuell. Okay, wir haben alles abgegeben. Jetzt machen wir hier noch schnell der Weiten und normal ernten. Warte, 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 warte. Das, das, Weiten. Ah, verdammt. Einmal das, Bio Krüster. Bio Krüster. Bio Krüster. Der Weizen, sieh. Ja, wir gießen wir gleich. Die sind auch noch. Und dann hier drüben. Bupp. Hier. Und da haben wir noch mal. So. Dünger habe ich, glaube ich... Ne, habe ich nichts. Gar nichts. So, wir sortieren noch. Okay. Die Zahnräder kommen natürlich in die Erdfuhr. Das müsste in einen Stein rein. Das können wir hier noch mit reingeben. Stein ist voll. Was haben wir da noch? Nahrungsbox. Was haben wir unter Ressourcen? Okay, da haben wir einiges drinnen. Das habe ich favoritisiert. Da kann man die Rinden noch mit reingeben. Was haben wir da noch mit reingeben, 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 was haben wir hier für Schiedernes? Ähm, boh. Hier haben wir noch das Fleisch drinnen. Ähm. Okay, ähm, das sind große Sandakuda. Kann ich mit denen noch irgendetwas machen? Warte mal, die kommen auch rein. Aber mit den Großen kann ich gar nichts machen. Oh. Okay. So, dann können wir alles eigentlich in die Verkaufsbox hauen. Die, das, hier, hier, ja. Ah, man hat ja schon wieder einiges beisammen. Gut, dann füllen wir noch schnell ein Kochding auf, damit er da weiter arbeiten kann. Und zwar Zwiebelkuchen können wir noch machen. Ähm. Pilzsuppe. Warte mal, wo ist denn der komische Fischbrei? Ah, den können wir gar nicht machen. Okay, dann machen wir noch. Hier. So. Das wäre eigentlich auch gleich fertig, aber egal. So, wir haben alles erledigt. Wir gehen ins Bett und sehen uns am Morgen zu ausgeschlafenen wieder. Dankeschön und gute Nacht. 印象. weekACH Comingайтесь. Wir gehen ins Bett. 基ier dir Admettung. Wir gehen in Bett.